Musik Moin meine Süchtlinge draußen, hier ist der Tiny Chris Ich spiele eine Runde auf Raid Und habe Kinder als Gegner, also perfekt So, pass auf Nee, es will keiner flankieren, alles klar Dann wird es wohl ein Easy Game Hallo Alles klar Was ballert denn der so oft hier? Stirb doch mal Terror Toaster Ah ja Wie soll ich jetzt aufzuzielen? Bam Passiert mir ständig Meine Maus ist doch schon ein bisschen abgenutzt Boah Ach du heilige Scheiße Nicht so stürmisch meine Kollegen Warte mal kurz Kommt keiner an der Seite raus Doch Natürlich kommt wer an der Seite raus Suppressor Stock Nice So So Achtung Der Nachteil vom Schwarm ist halt, dass ich insgesamt weniger Kills kriege Weil es länger dauert, bis ich den erreicht habe Trotzdem macht es ultra viel Spaß den zu haben Gut Gut Wir haben nur noch vier Gegner Das es macht Sonst will ich noch ein bisschen beschissen Na Na komm zurück Okay Was Was? Okay Haust den Schwarm raus Ich schwör bei Gott Fuck you Da muck da auf der Schwarm Ich glaub ich spinn Oh 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 Holy Moly Da sterb ich vom Outdoor und dann muckt der Schwarm auf und springt auf mich Obwohl kein Gegner in der Nähe war Das ist echt strange Okay Terror Toaster macht Alle kaputt Hi Now it's over Noch einer? Ja Okay ich geh mal außen rum jetzt Ich hab meine Position doch schon verraten Alter wie viel hier rein und raus schäulen Das ist echt Wahnsinn Ähm Ähm Oh 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 der ist ja ganz lustig Der ist ja lustig der Typ Na komm Noch ein Death ertrage ich Alter 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 Okay Okay Wenigstens ein Triple bekommen Das muttet mich doch wieder auf Boah 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 40-2 Na gut Na gut Weg mit mir Okay 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 43-2 Ein beschissener Tod und ein noch beschissenerer Aber das kennt ihr von mir Ich sterb nur blöd Egal 21er KD Ist in Ordnung Wenn es euch gefallen hat Lasst es mich wissen Haut rein Amen